Hallo Comic-Freunde, mein Name ist Philipp vom Blog und YouTube-Kanal Bookwalk. Im heutigen Video zum Gratis-Comic-Tag 2019 möchte ich euch kurz das Comic Es war einmal der Mensch näher vorstellen. Dieses und weitere Comics könnt ihr euch übrigens am 11. Mai 2019 beim Händler eures Vertrauens zum Gratis-Comic-Tag 2019 sichern. Ich weiß noch ziemlich gut, wie ich damals als Kind die TV-Serie es war einmal geschaut und auch sehr geliebt habe. In einer sehr sympathischen Art und Weise wurden zahlreiche spannende Themen sehr altersgerecht vermittelt. Es ging nämlich unter anderem um die Uhrzeit, das antike Rom, Ägypten und noch viele weitere spannende Themen. Nun hat sich der Thunfisch-Verlag, der übrigens zum Splitter-Verlag gehört, dazu entschieden die TV-Serie neu auf den Markt zu bringen und zwar in einem hochformatigen Comic-Format. Und so könnte das ganze Thema dann aussehen. Wie man bereits auf dem Cover sehen kann, ist der Stil der Comics sehr an der TV-Serie angelehnt. Das liegt vor allem daran, dass die Zeichnungen vom gleichen Illustrator sind, der damals schon in der TV-Serie mitgewirkt hat, nämlich von Jean Badeau. Zum Gratis-Comic-Tag bringt es der Thunfisch-Verlag das komplette erste Album von Es war einmal der Mensch, die Uhrzeit auf den Markt. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr tollen Einstieg einfach in diese ganze Geschichte und mal die Menschheitsgeschichte auf einer sehr sympathischen Art und Weise nachzuempfinden. Wie bereits in der TV-Serie wird auch in der Comic-Adaption die bewährte Kombination aus Wissensvermittlung und Tumor beibehalten. Und wenn man ehrlich ist, ist es einfach auch super süß anzusehen. Und ich meine, guckt euch doch mal diese Illustration ein. Hier vorne habt ihr direkt als Begrüßung den Maestro und es geht einfach so weiter. Es ist einfach so unfassbar süß anzusehen. Vor allem jetzt am Anfang der Uhrzeit geht es da los, wie einfach die ganze Erde entstanden ist. Das ist natürlich sehr grob abgehandelt und kindgerecht natürlich, aber ich finde es einfach super süß gemacht. Und von Dinos bis zu den ersten Menschen ist einfach so viel hier einfach enthalten. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß einfach mit diesem Comic. Und ich denke, vor allen Dingen auch für die jüngere Zielgruppe, wo auch dieses Comic jetzt für auf den Markt gebracht worden ist, die werden da sehr, sehr viel Spaß dran haben. Und ich persönlich als erwachsener Leser hatte trotzdem, obwohl halt die Zielgruppe die jüngere Leserschaft ist, immer noch wahnsinnig viel Spaß mit. Es war einmal der Mensch, die Uhrzeit. Und ich freue mich schon darauf, die weiteren Wände mit Ägypten, Rom und was es alles noch gibt, weiterhin zu lesen. Es war einmal der Mensch ist übrigens einer von insgesamt vier Titeln, die es zum Gratis-Comic-Tag aus dem Splitter Verlag gibt. Insgesamt wird es übrigens 34 Titel am Gratis-Comic-Tag geben. Und das sind nicht nur Comics, sondern auch einige Mangas. Und diese Kombination aus Comic und Manga ist dabei nicht nur für jüngere Leserinnen und Leser, sondern auch für erwachsene Leserinnen und Leser sehr gut geeignet. Wenn ihr übrigens wissen möchtet, welche Hefte es am Gratis-Comic-Tag gibt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Homepage zum Gratis-Comic-Tag, nämlich www.gratiscomic-tag.de. Dort erhaltet ihr nicht nur eine Übersicht über alle verfügbaren Hefte, sondern auch eine Liste aller teilnehmenden Verlage. Und ganz wichtig ist natürlich auch eine Händlerliste, damit ihr wisst, wo ihr am 11. Mai 2019 eure Gratis-Comics sichern könnt. Gerne dürft ihr natürlich auch schon im Vorfeld über die Titelliste oder den Gratis-Comic-Tag im Allgemeinen diskutieren und euch mit anderen Comic-Fans austauschen. Das könnt ihr am besten unter dem Hashtag GCT2019 tun. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Comicjagd und einen wundervollen Gratis-Comic-Tag am 11. Mai 2019. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020